So. Dann hier drauf. Äh, nochmal. Gut. Nochmal drehen, bitte. Please. Ne, ich nicht. Oh. Lässt sich Jilla durch die... Ich spinn. Ja, so ist gut. Danke. Ne, du lässt dich wieder drehen. Dann gibt's... Hau. Nein, du lässt dich diesmal nicht drehen. Das macht dir wohl Spaß. Sehr viel... Spaß. Na. In Zwischensequenzen, da rennt sie, springt. Und hier bewegt sie so steif, als hätte sie einen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Was zur Hölle. Wer ist da? Ja, das ist es wahrscheinlich für den Zylinder. Für die andere. Äh, für die Röhre. Das ist ja... Kombiniert. Huh. Uh. Cool. Nein. Nicht uncool. Hm. Irgendwie stimmt das ja nicht. Jo. Ja. Weiter drehen. Das muss schon stimmen. Ja. Ja. Hm, 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 hm. Nee, stimmt immer noch nicht. Oder? Ja. Jetzt stimmt das. Jo. Perfekt. Perfekt. Und jetzt können wir uns gemütlich davon machen. Würde ich mal behaupten. Hm, 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 hm. Durch die Türen. Fünderiefelrooom. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, hm. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal wieder zurück. Machen wir uns hier eine Arbeit oder machen wir uns hier eine Arbeit? Jetzt kann ich aber endgültig diese... ...Kubel wegwerfen. Oder Winde oder... ...wie man es nennen möchte. Hm, weg damit. Weg damit. So. Wird zwar schief geht. Für den Hunger zwischendurch. Heh. Möchten Sie auch... Ihr Leben fortsetzen, wenn Sie gestorben sind? Kein Problem. Bestellen Sie nur heute Ihre Schreibmaschine. Und sobald Ihr Leben aushaucht, beginnen Sie wieder dort, wo Sie das letzte Mal mit Ihrer Schreibmaschine geschrieben haben. Bestellen Sie nur heute und Sie erhalten gratis dazu Farbbänder. Ja. Solange der Vorrat reicht. Yeah. Ja. 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 Ich habe auch schon eine Schreibmaschine zu Hause. Und ich bin total begeistert. Ich bin total begeistert. Ja. 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 Ich habe jahrelang mit einem Computer geschrieben, aber das bringt nicht den gleichen Effekt. Hm. 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 So, wollen wir das mal einsetzen? Na? Wow. Zick. Jetzt müsste... Einen davon drücken. Welchen Knopf? Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich nicht draufgedr... äh, gesehen. Ne, war schon verkehrt, glaube ich. Es passiert nichts. Es ist halt zum Kotzen. Äh, 4, 2, 3, 1. Gut. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 4, 3. 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. 5, 5, 6, 7, 9, 9, 10. 6, 7, 10.